Ähm, ja. Jetzt geht der Hift. So, jetzt können wir das alles passen zu. Jetzt sind wir gespannt. Meine Damen und Herren, heute abendieren Heideberg unser Poetry-Slam König von Heideberg Hexen. Laufen bringt zu jeder Zeit garantiert Glückseligkeit. Vielfach habe ich zwar gestöhnt, fühle mich durch blaue Zehen verhöhnt. Da könnte einem glatt der Spaß vergehen vor Schweiß und Krampf den Weg kaum sehen. Doch weiß ich, spätestens seit heute, Läufer sind gar lustige Leute. Sonst wäre die Bühne heute leer. Ein Dank gilt Dieter, beklatscht sei er. Danke schön.